Sooo... Die spitze... äh, die spitze ja gleich schon, die Schafel ist auch gleich im Arsch. Zumindest noch kackt. Mammut ist ganz zu trappen schon. Ich hab grad gedacht, ich hab währenddessen mein Mikro nass gemacht. Aber ein paar Tropfen. Und da lasse ich ihn beim Trinken. Selbst das kann ich nicht. Ich kann nicht trinken. Mann. So. Und Micha... Sollte echt nur hier die Innenrichtung machen. Nur so. Auch hier Glasreinzimmer, weil... Es sollte ein Gemeinschaftsraum sein und... Auch beleuchten sollte er erstmal richtig. Sagt's ihm! Beleuchtet es! Schreibt's in seine Kommentare! Na toll! Die ganze Erde auch einsammeln, weil wir wahrscheinlich noch... äh, nicht nur wahrscheinlich, wir werden hundertprozentig noch ein paar Leuchern stopfen. Das ist irgendein Kerl, der was von mir will. Na? Sprünge doch nicht aus mich, du scheiß Ding! Ich glaub, ich liebe die im Hause. Und werde hier mal... da war's. Das mitnehmen. Und dann... To. Hier. Dann werde ich hier mal so machen... Ich muss sie nicht betreiben. Da. Und so. Dann nochmal weg. So, so. Schauen wir uns immer wieder da. Da, wo wir auch hin wollen. So, so, so... So, so. Ah, sieht schon besser aus. Ah, mein Nase sieht jetzt auch noch als hier. Schlimm. Das hab ich noch rechtzeitig gesehen, hast du ja ein Stückchen noch weitergegangen? Das wär nicht so dramatisch gewesen, aber ich wär trotzdem runtergefallen. Das ist ja nicht so schön, wenn man geführt. Soooo. Da fällt mir ein, wir könnten ja auch in den Lever wieder gehen. Und da müssen wir was ausbauen. So ein schöner Weg. Ja, Zombie, Hi Zombie. Wie geht's dir Zombie? Oh, toll. So. ERD, wegmachen! Okay. Wir wollen wieder Terraform betreiben. Und wir müssen auch die Löcher hinten stopfen. Ähm. Damit hier eine ebene Fläche zumindest ist. Und hier einiges müssen wir wegnehmen. Ich hab vorher noch wahrscheinlich irgendwo einen Park hinzu müssen. Ein ganz kleiner Park. Oder kein Park, sondern hier einen künstlich eingelegten See. Und drumherum so zu sitzen. Irgendwelche Sachen. So. Wir haben eine Blume in der Taubekunde. Oh mein Gott, eine Blume! Ich bin eine Blume! Blume sind schön, auch in Mycroft. Also ich find's cool. Blume sind cool. Auch schon über das Blume-Thema reden. Und über das Zeug reden. Ah, jetzt noch mal zum See zurück. Ähm. Dann künstlich einen See irgendwo. Ähm. Ich weiß nicht. Ich mag da schon so einen See im Dorf zu haben. Oder so einen Brunnen. Ich hab' den See auf weg. Aber eh schon dabei sind. Okay. Die Etage wegmachen. Was soll ich jetzt eigentlich reden? Das wundert mich. Wie wär's mit den verschiedenen Getränkenarten? Mein Liebsten zu trinken. Also mein nächstes Getränk ist zum Beispiel Gartaktell Wasser. Weil ich in letzter Zeit zu viel Energy-Dreams getrunken hab. Ich weiß nicht. Also Red Bull geht immer. Red Bull-Kohle geht immer. Ich hab' ganz viele Bewegungs. Ich hab' ich mag's. Ich mag's. Ich trink's. Ich weiß nicht mag's, sonst wir gehen. Ich muss auch nicht hin-schmecken. Das bleibt mehr für mich. Also aus meiner Klasse allein. Ähm. Mögen das. Ich hab' nur mit fünften weggeredet und alle fünf mochten das nicht. Tja. Ich hab' die Klasse allein. Soll ich's mir überlassen. Ich weiß es egal. Ich trink's. Ey, das sieht so creepy aus. Echt. Ich denk' immer, dass das Haus fackelt. Ich muss mich einfach mal raus damit nehmen. Aber wenn die Bude, da brennt, das ist nicht so toll. Am Ende der sagen die noch. Oh, es brennt! Es brennt! Es brennt! Jenny, du wirst das! Letzterseits hat die auch da hinten eine Bude gefackelt. Ähm. An Waden. Das ist ich glaub' vor ein paar Folgen. Vor zwanzig Folgen oder so. Ähm. Und da musste ich einmal als Abwinder einschreiten, weil, ähm. Aus unerklärlichen Gründen einfach angefangen hat zu brennen. Kein Blitzschlag war da, es war nichts. Es hat keiner angezündet. Also auf einmal hat die Bude da einfach gebrannt und da musste ich halt raus machen. Oder war es was anderes? Ne, 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 das war das. Nicht, dass ich jetzt gerade mit was anderes verwechseln, weil ich bin ja öfters auch andere Server verwechselt. Toll. Da ist das. Und nicht, dass das hier von Wechseln irgendein Stuss drehe, was ich eh schon die ganze Zeit mache. So. Ich hör dich. Etwas dunkel hier. Soll ich jetzt ins Bett gehen? Am Tag ist besser zu arbeiten. Naja, mach ich mal. Home. Nein. Bad. Ja, gut macht's. Und back. Und weiter geht's. Oh, der hat mich geschubst. Schon wieder 33 Level. Das geht schnell. Also jetzt in Offline spielen und verricke ich die ganze Zeit schon. Die ganze Zeit verricke ich da. Egal was für ein Spiel ich spiele, ich verricke da immer. Sobald ich aufnehme, verricke ich nicht mehr. Also schon krass. Also ich spiele gerade zur Zeit SSS Street Brotherhood und da muss ich ständig die Missionen wiederholen, weil ich nur am Sterrer bin, wenn ich nur zu dämlich bin. Nein, weil mein Controller, zu dem ich es in bestimmte Aktionen durchführen, wie zum Beispiel festhalten, wenn du runterspringst. Oh, Creeper. Naja, da explodierst du nicht. Zumindest machst du keinen Schaden. Oh, das kann ich rausschneiden. Spinnauge. Ach du, keiner. Diese Augen von der Spinne. Spring mal. Der ist hochmachend wahrscheinlich. So. Das kriegst du aber fertig mit dem Terraforming. So ist, dann teile ich das mal jetzt in Abschritte. Oh, die Schaufelsflächen über. Vielleicht ballen nicht. So, so, so. Ich nehme an, wir nehmen schon 30 Minuten auf. Und von 40 sogar. Ich weiß es nicht. Ich muss da mal schauen. Ich wollte nicht was machen. Wirklich schon so voll jetzt schon wieder. Wo schmeiß ich raus? Komm, die eine Fackel. Warte kurz. Die platziere ich mal hier hin. So. Okay. Jetzt bearbeite ich das noch Ganze hier. Solange bis ich kein, ähm... Solange bis die Schaufel kaputt ist. Und ich habe Platz mehr. Ja, jetzt ist. Jetzt habe ich auch komplett mehr. Perfect time! Weiß nicht, soll ich noch eine? Ne, ich glaube das reicht hier. Wenn ich die Etage so lasse. Dann fülle ich das hier mal auf. Und zwar so. Mit RD. AD, RD. Hahaha. Bin heute wieder mal richtig lustig. Aber zur letzten Zeit erreiß ich richtig schlechte Witze. Ich weiß nicht warum, aber... Tja. Richtig schlechte Witze. Und mir wird es heiß an der Hand, weil die Sonne gerade drauf knallt. Noch ein Wochenbeter und weg. So. Ne, ich glaube ich lasse es auf der Stufe. Ähm, ja. Ich lasse es auf der Stufe. Da kann man auch so ein bisschen sehen, dass da hinten noch mehr Gebäude sind. Und dann werde ich von da auch Aufstieg nach oben machen. In der Verso. Ja, hier oben. Äh, das wird jetzt hier bleiben. Das sind nämlich untereinander auch verbunden. Ach so, okay. Ähm. Was gerne denn? Äh, cool ey. Der ist nicht mehr dabei. Das heißt, ich darf plündern. Ja, ich darf plündern. Das heißt, ich darf plündern. So, was nehme ich mir. Definitiv die Enderperle. Reis könnt ihr behalten. Noch irgendwas Interessantes dabei? Ne, hat er nicht. Kunai, du bist arm. Du bist ein armer Schwein. Ach, die Kartoffel nehme ich doch gerne. Kunai ist nicht mehr dabei. Der hat nämlich, ähm, aus persönlichen Gründen, musste er aufhören. Au. Wow. Ja. So. Das ist aber das geile Gebäude von... Ich finde, das sagt, einer, oder? Hm. Klopfen einer. Das müssen ja irgendwelche Anzeichen sein, dass es eines Gebäudes ist. Komisch, komisch. Okay. Aha. Badezimmer. Sehr interessant. Ich habe mich gerade geduscht. Oh mein Gott. Geh mal duschen. Nein. Hups. Ah, habe ich nicht gut gemacht. Sehr gut. Äh, ja. Also, ich weiß nicht, wie in diese Brücke hier gehört. Ich nehme mal an, es gehört Eune. Ja, weil, ähm, Eune baut immer so coole Sachen. Und das da hier gehört Supertomate. Supertaste Mädchen. Na, geh rein. Ja, das Gebäude gehört Supertomate soweit. Ja, das war ein bisschen. Zumindest habe ich es zugetellt. Entweder war es, war es das Gebäude, oder es war das andere da hinten. Aber soweit ich reise, war es in der Nähe der alten Nuckelbande-Bude. Nuckelbande hat sich ja schon aufgelöst, weil... Ja. Zeitlich, örtlich. Nicht so toll. Ja. Das ist definitiv. Das ist hier Burning. Weil Burning hat nämlich hier diese Farm gemacht. Oh, eine Sonnenblume. Hallo, Sonnenblume. Naja, ich würde sagen, ich guck mal, wie lange ich schon aufnehme. Ja, ich nehme 34 Minuten auf. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschau. Tschau.